In dieser ganz normalen Stadt erleben drei Freunde eine unglaubliche Überraschung. Was ist denn los? Wir haben ein Monster im Garten. Cool! Ich fass es nicht, ein Yeti. Jo. Kannst du noch mehr sagen als Jo? Jo, Jo. Wir ehren dieses Wesen. Ein Yeti gilt als Schutzgeist der Tiere und der Kinder. Weißt du, was los gewesen wäre, wenn sie dich hier drin entdeckt hätten? Ist alles in Ordnung, Pia? Oh, es ist so heiß hier drin. Pia, das ist ein äußerst seltenes Tier. Er ist ein Yeti. Und er ist das liebste Wesen auf der ganzen Welt. Nein. Du kannst dich unsichtbar machen. Jo. Das ist mega krass. Doch sie sind nicht die einzigen, die ihn haben wollen. Tatsächlich ein Yeti. Den muss ich haben. Ich bin Jäger. Ich jage. Sonst leider ist fallen, entkommt niemand. Bären, Pisse! Nun, als ihr neuer Freund in Gefahr schwebt. Da ist ein ganzer Stromtrupp Zurtüben in meinem Arsch. Wir brauchen einen Versteck. Wo steckt er? Tun sie alles, was nötig ist. Die Luft ist rein. Komm. Um ihn zu beschützen. Wo ist der Yeti? Besser, du sagst das gleich. Kuh. Erlebt ein Abenteuer, wie ihr es euch nie erträumt hättet. Von Sony Pictures. Nach dem außergewöhnlichen Bestseller von Knister, dem Erfolgsautor von Hexelily. Joko! Joko. Hast du noch mehr Durst? Joko Loko.